So, hallo, 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 willkommen zurück zu Need Was Bidane Grand 2, wo führst du mich hin? GPS, wo führst du mich hin? Ist mir aber auch egal, weil ich habe mir nämlich vorgenommen, heute mal die Sternchen abzuarbeiten. Und dann haben wir nämlich nur noch die Rundquass-Rennen. Und dann haben wir das, glaube ich, gepackt. Dann haben wir es, glaube ich, soweit ganz gut gepackt. Wee! Ja, BlackBerry Rameleon. Spider-Beat. Cooler Beat. Jetzt müssen wir aber erstmal hier runterfahren. Müssen wir erstmal hier runterfahren. 6200 haben wir noch. Das könnten wir dann wieder was in den RX 6200 haben wir noch. Könnten wir schon wieder was in den RX 7 stecken, weil der hat ja noch nicht alle Upgrades. Der hat noch nicht alle Upgrades. Und dann können wir nämlich wieder, ja gut, machen wir die drei Dinger noch. Und dann, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, für den Abschluss muss ich nochmal ein Stiefchen aufsteigen. Oh, hui! An Dings. Also muss ich nochmal ein bisschen optisch ein bisschen was an dem Gerät hier machen. Hier waren wir noch nie. Warum machen wir das nicht? Achso, das wird nicht auf der Karte angezeigt. Na klar, weil ich den Dings markiert habe. Ach, kein hätte ich mir auch denken können. Hätte ich mir auch denken können. So. Solange ich jetzt nur irgendwie da runterkomme. Das Rundkursröhnen, ich denke mal, das wird angezeichnet sein. Ja. Ist es. Zum Glück. So. Na, ich muss ja auf die andere Seite. Na. Okay. Geradeaus, ja. Geradeaus. Nicht zur Autobahn. Hui. Na. Na, diese muss sagen schon, ein geiles Auto. Das sieht voll geil aus. Yo, what up? Pick'n here. Ich werde es nicht finden. Also, die versteckten Rennen lassen wir erstmal eh außen vor. Werde ich eh nicht finden. Werde ich eh nicht finden. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ach. Ja, klar. Das GPS zeigt natürlich in die andere Richtung. Bist du ein scheiß Ziel, GPS? Leck mich im Sack. So. Dahin wollen wir. Dahin fahren wir. Zwei Minuten Zeit dafür. Muss reichen. Muss reichen. 1 hier die und die die Texte noch nicht. Dabei habe ich eine CD im Auto der 17 immer gleichen Liedern besteht Nö, es sind sogar 21 20 aber ich ja nicht ein wenig der komplette Soundtrack auf die CD gepasst hat oh ja das war ja jetzt einfach wie und der Kampel auf mehr gesehen Elberia 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 Deriko jetzt haben wir 7.150 was auch nicht übel ist hier haben wir noch den da haben wir noch es dümmt sich aus an Rennen und dann haben wir nur noch drei Stück ja dann haben wir nur noch drei Stück und dann geht's ab also wir das mal geschafft haben es war mir glücklich es tut mir leid dass ich euch jetzt auch noch die die wo fahren wir hin egal wer soll ich jetzt auch noch die Rundkursrennen nehmen will weil also wenn es zu stressig ist ich habe dadurch haben wir euch doch schon die die wie heißen sie nicht die URL die anderen die ESPN die ESPN was diese anderen diese kleinen hässlichen Street-X Street-X-Rennen die ich euch schon genommen habe es tut mir leid aber ich bin kein so ein Typ ich bin ich will meine Let's Place nicht so machen das ist die ganze Zeit nur Fluche das finde ich nicht gut es gibt genügend andere Leute die das machen ich will das nicht ich bin auf einer DVD gelandet hoffentlich war es das jetzt nicht ah ne ah cool das war einfach das war einfach so jetzt machen wir das noch 8000 das ist ein ordentlich batzen Geld den wir reinstecken können hallo 3 Minuten 20 zum oh Gott echt jetzt dahin willst du 3 Minuten 20 what the fuck what the fuck einmal komplett die scheißberge nach oben da könnte ich kotzen bin ja falsch abgebogen wirklich jetzt wirklich jetzt jetzt habe ich es auch noch so arg verschissen bricht es ab bricht es ab bricht es ab warum kann ich es nicht abrechnen ich schaffe es nicht ich würde es nicht schaffen diese Chance wird mir leider fernbleiben ich weiß es auch nicht ich finde es irgendwie abrechnen oder so und dann ein anderes Auto Car Select ist dann immer noch habe ich es dann immer noch oder hat sie es jetzt aktualisiert naja es hat sie aktualisiert wunderbar dann kriege ich noch eine Chance dann kriege ich noch eine Chance der RX8 ist wesentlich besser als der RX7 glaube ich ich weiß es nicht macht mir zumindest so den Eindruck aber der RX7 ist ein bisschen leichter als der RX8 deshalb hat er wahrscheinlich das bessere Handling könnte ein bisschen schneller sein so jetzt brauche ich aber erstmal wieder ich will jetzt erstmal wieder ein Muster haben danke ja 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 immer schön speichern immer alles schön speichern brumm so diesmal kommen wir von der richtigen Seite so oh man man oh man so ich weiß wo ich hin muss markiere es mir trotzdem auf der Karte so diesmal geradeaus noch biegen hier bitte so damit wir das auch mal auf die Reihe bekommen 20 Sekunden erspart oder so das ist unglaublich was für Scheiße ich verbrütteln kann oh man oh man so ich auf den Scheißberg muss das pisst mich doch schon ein bisschen an wo soll ich lang? ne lang ok danke ok jetzt muss ich irgendwie den Berg hochkommen ohne große Scheiß zu bauen am besten Provost powers was war das? was war das? was war das? was war das? tu 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 tt 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 muss dann fährt sich so scheiße da kann man nicht mehr viel ändern können glaube ich um die zu sich lang fahren mit 5 40 ich glaube außenrum du hast den Plan zu bringen ist ich vertraue dir ja hey wir sind ja gleich da wir sind ja fast gleich da das ging ja schneller als erwartet das ging ja schneller als erwartet sehr gut da hallo hallo foto die cover of magazine mustang und audi tt geilo dann ist das ein verstecktes rundkurs rennen ja und das ist ein verstecktes rundkurs rennen oder weil hier auf dem parkplatz gibt es noch eins ja okay dann würde ich sagen das versteckte rundkurs rennen probieren wir mal schau mal kurz die strecke an ah das ist das okay nein das probieren wir nicht ich würde sagen ich fahre diese rennen jetzt ja hier haben wir schon das letzte url also ich fahre diese drei es sind vier rennen eigentlich jetzt also vier rennen fahre ich jetzt und dann sehen wir uns beim letzten url rennen dann wieder bis dahin sage ich nur mal tschüss mit der und ciao ich werde jetzt noch kurz ein bisschen ja den dings tunen den lx7 damit er gut klar kommt auf den rennen ja und dann geht es ab nach unten dann bis dahin tschüss mit der und ciao bis sehen